Die Straße von Hormuz. Sie ist eine Wasserstraße, die den Golf von Oman mit dem Persischen Golf verbindet. Und sie ist ziemlich eng, zumindest für große Schiffe. Trotzdem ist sie eine der meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt. Der Grund? Öl und Gas. An der Küste des Persischen Golfs liegen nämlich einige Länder, die Öl und Gas fördern und verkaufen. Zum Beispiel Saudi-Arabien, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate, Katar und Iran. In den Häfen dieser Länder wird das Öl und Gas auf riesengroße Tanker verladen. So verlassen jeden Tag viele, sehr viele Tanker mit insgesamt fast drei Milliarden Litern Öl die Häfen. Eine unvorstellbare Menge. Die Tanker bringen das Öl in die ganze Welt, auch zu uns nach Europa. Für die Straße von Hormuz bedeutet das jede Menge Verkehr an der Meeresenge. Denn gleichzeitig kommen ja auch wieder leere Tanker, um Öl und Gas abzuholen und das jeden Tag. Das viele Öl und Gas kann nur mit diesen Riesentankern auf dem Seeweg in die Länder gebracht werden, in denen es gebraucht wird. Einen anderen Weg gibt es nicht. Darum ist es also so wichtig, dass der Verkehr in der Straße von Hormuz sicher und ohne Probleme läuft.